. . . . . Guten Morgen! Oh, schon zu spät? Ich muss los ins Callcenter. 3,50 Stunden, da sagt man nicht nein. Obwohl der Chef uns manchmal schlägt mit so einem Fingernägel. Na komm, bleib doch noch. Bitte, bitte, ein bisschen. Bitte, ich zahl dir auch 4,50. Nee, das geht echt nicht. Kann ich nicht, wenn du das Anrufen auf der Arbeit? Nee, das geht nicht. Es ist ein Selbstmörder-Hilfsprogramm. Es passt 3,99 die Minute. Es nennt sich die letzte Rettung. . . .